Ich neunmal Zombie-Fleisch und muss mal ein ganz anderes Essen hin. Ah, hier, hier oben. Zombie-Fleisch kann man aber auch essen, oder? Muss man es vorher braten? Da wird man, glaube ich, bei einer gewissen Chance krank. Ich bin jetzt nicht sicher. Okay, wir müssen mal wieder bald ein paar Tiere farben. Jo. Hm, hm, hm. Tada! Guck mal, wie viel Sand ich jetzt einfach hab. Also Erde mein ich. Ja. Ach, Erde meinst du? Guck mal, da sind noch ein paar Zombies. Was aber die verbrennen jetzt gleich. Ich kill die, aber dann krieg ich Punkte. Level 7. Hier bin ich nämlich ganz fertig. Also ich weise hier jetzt eigentlich durch. Ah ne, hier ist ja noch eine Reihe, die machen das. Ich muss was essen Was ist denn wenn man krank ist? Was macht man dann? Weiß ich gar nicht. Man verliert einfach nur Leben oder man muss einfach wieder was essen Wenn das Essen gefallen ist. Bin mir aber nicht sicher. War ein Heiltrank oder so. Aber keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Ich habe in nächster Wahl gespielt. Oh. 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 so ich wollte dir mal ein paar Schau finden und steine brauche ich ich habe selber auch noch 51 schmeiße ich den mal hin hier komm mal her so danke krass dass hier auch einfach wieder Wiese wieder rauf gewachsen ist ne wusste gar nicht dass das so ist dass da wieder Wiese wächst oben ja ja nach meinem Zeitgriff wächst da wieder Wiese drauf also das ist immer bei Erde wenn da Licht drankommt kommt da Wiese drauf ok ich muss jetzt hier erst bevor ich das mache schnell hier noch die Mauer nachziehen wir haben gar keinen Stein ja ich muss tatsächlich Stein abbauen gehen oh oh schnell nach oben ich war zu lange unter Wasser Okay. so 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 jetzt langsam wird es echt anstrengend minimal so voll viel dieses loch das ist riesengroß so 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 aber noch zwei spitzhacken zur not ich mach dir gerade drei schaufeln na ok das ist gut so so das sind eigentlich sechs schaufeln gewesen mal gucken wie du weiter damit hinkommst ich weiß es nicht aber werden wir mal sehen ich mach mich mal auf die suche nach was zu phrasen ne wird mal zeit dass wir hier mal wieder was an land kriegen das stimmt allerdings so drüben sind schafe aber es sind auch nicht mehr viele früher waren es mal mehr die müssen aber eigentlich immer neue spawnen ich hole mir die jetzt auch aber da gibt die ja wollte ich gerade sagen das sind doch nur die schweine und die hühner ne ja genau das war jetzt eine schlechte idee gerade von mir also ich hab nicht das gefühl dass die länger halten die schaufeln kann man sich nicht von kakteen auch ernähren ich habe gerade drei stücke aufgesammelt weiß ich nicht also mir fällt jetzt keine möglichkeit ein was ist eigentlich wenn man was passiert denn eigentlich wenn man die rechte mahlzauce gedrückt hält das schwert dann so ganz anders ach so das ist verteidigen also schützen also was soll ich mal blockieren ich habe aus gott gespielt junge 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 ich finde keine tiere man keine schweine ist aber wieder dunkel nö wenn man welche braucht sind sie nicht da ist doch immer so so doch da hinten sind schweine krass zwei stück muss sich beeilen weil die zombies kommen schon wieder ja mach schon mal alles parat zweimal schweine da sind sogar vier schweine da waren vier schweine ich hab acht mal fressen mitgebracht komm jetzt ist er da ich sehe schon die lichter oh da ist ein skelett da sind sogar zwei skelette wow und ein creeper jawoll lock den vom haus weg das ist schon tot ne gut hinter dir andere seite ich will jetzt nach hause ja ja genau die werden pfeilen in deinem körper ja Schweine im wahrsten Sinne des Wortes acht stück acht schweine ja krass die haben jetzt richtig viel abgeworfen eigentlich hier sind noch vier händchen drin mhm kannst du auch braten die sind schon hab ich schon gebraten die hab ich im Ofen des Dings getan ja cool hier hab ich nochmal Samen und hier wie gesagt Kaktus ne die können wir auch antpflanzen ich weiß noch nicht was die bringen halt musst du mal googeln ich weiß es nicht so ich komme wieder mit einem Haufen Steine und äh was heißt im Haufen aber zumindest 85 stück ja das geht schon mal ich kann anfangen hier schmeißt du die hin ne jo warte ich war noch im Hohlraum mach doch lieber erstmal alles weg ne ich kann dir den Sand immer so bequem gegensetzen hier sind doch Steine ne jo jo oh ich hab ja noch mehr Steine nochmal 64 hier komm komm hier 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 Das war's für heute.